Hallo liebe Fußballfreunde, Thema von Video VfL Bochum vom Kommentar vorlesen. 10 Daumen oben, 223 Aufrufe und 4 Kommentare. Schönes Video über meinen Lieblingsverein wird der so endlich ein guter Schal. Hab ein schönes Wochenende und mach weiter Grausersstadion können wir uns leider nicht leisten. 10 LP. So ein schöner Schal und so ein schlechter Kader bin das Brand. Was für ein Talbalitens am Ende achterstammt. Fußballfreunde, Kommentare geschrieben. Dajajli Valkusen Tabelle Rang 1. Landesdokalf點. Es gibt noch die Kader in den Kader aufgeladen. Schmalen könnte noch ein kleiner Schal.